Gemeinsam an einem Strang ziehen, gemeinsam Ziele erreichen. Sei dir darüber klar, ohne dein Team wirst du es nicht schaffen. Du führst kein Unternehmen, Unternehmen ist einfach nichts, das ist ein Wort. Was du führst, sind Menschen. Und da gehört ein bisschen mehr dazu, als einfach vielleicht am Monatsende die Rechnungen zu begleichen. Weil so schaffst du es, offline und online, die Mitarbeiter zu halten, die wirklich was können. Die Mitarbeiter zu halten, die Fachkräfte sind. Die möchtest du behalten. Du möchtest nicht alle sechs Monate nach neuen Mitarbeitern suchen, nach neuen VAs suchen. Stell dir mal vor, was da an Wissen, an Erfahrung jedes Mal verloren geht. Das kannst du dir finanziell nicht leisten.